Warum? Wer im Sommerhaus nur abhängen will... Beeil dich! Los! ...der ist hier falsch. Babe, ich bin nicht mehr der gleiche von damals. Diese Folge werdet ihr lieben wie eure... Mama! Ja, so sieht's aus. Und das ist eigentlich das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das Sommerhaus der Stars. Dienstag, 20.15 Uhr.